Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egonzonspiel Civilization 5. Wir haben eine kleine Pause gemacht, also ich, wenn ihr das Let's Play, Let's Play, ja doch, Let's Play, irgendwann in der Zukunft an einem Stück anschaut, dann wird euch das gar nicht auffallen, aber wenn ihr jetzt tagesaktuell dabei seid, dann fällt euch das auf, das ist das 2-3 Tage vergangen, wo kein Video kam. Real Life ist halt immer noch zu real for me. Wir haben in der letzten Folge Onondaga eingenommen und sind auf dem Weg nach Ossi-Ninka. Wir wollen die Stadt einnehmen, indem wir mit unserer Artillerie uns hier wie immer positionieren, um dann mit unserer Kavallerie reinzuswoopen. Was mir gerade eben beim Laden aufgefallen ist, ist, dass wir unsere Spezialeinheiten nie genutzt haben, die den Ritter ersetzt haben. Das ist halb so schlimm, denn wir hatten ja die ganze Zeit eigentlich Kavallerie am Start, hier unten die Kavallerie, und die hatte ersetzt, wo ist es denn, das Ritterwesen irgendwo hier, bei da vorne, bei da hinten. Das Ritterlichkeit, genau, hier, hier schon nicht mitgenommen, aber wir haben durch die Lorsiers die ganze Zeit gar keine Ritter am Start gehabt. Mit einer Stärke von 20 wäre unsere Spezialeinheit zwar besser gewesen als ein Ritter, hätte auch kein Malus auf Stadteinnahmen bekommen. Aber mit unseren Lorsiers waren wir schon früh sehr gut mit dabei, und mit unserer Kavallerie mit Stärke 34 sowieso. Wir sind dabei, die Biologie zu entdecken und dann eben auch Öl auf der Karte zu finden. Da müssen wir schauen, ob wir unsere Weltkriegs-Infernerie bauen wollen. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Mit unserer jetzigen Strategie brauchen wir keine Landeinheiten, keine Starken. Ich würde dann eher Richtung Kühltechnik mit U-Boot gehen, hier und da Seehandelswege erweitern, Bohrinsel errichten. Die Eisenbahn ist auch sehr, sehr wichtig für unsere ganzen Landmassen, um die Städte beieinander zu halten und unsere Truppenbewegungen noch schneller machen zu können. Würde sich die Eisenbahn anbieten, dann wäre es aber auch, glaube ich, bitter nötig, dass wir mal wieder ein bisschen Micromanagement machen und den Bauarbeitern sagen, was sie da zu tun haben. Wir haben hier oben einen Bauarbeiter, wenn ich das richtig sehe, da angegriffen werden kann. Ja, den können wir ignorieren. Dann ist krass, was Bauarbeiter einfach an, ne? Oh, hier gibt es heilige Städten. Die plündern wir nicht. Die nehmen wir mit. Was Bauarbeiter aushalten können an Artilleriebeschuss, da sind sie wirklich ganz vorne mit dabei. Was kriegen wir denn fürs Plündern? Ich mag es nur wissen. 26 Gold. Oh ja. Und wenn wir hier rüber gehen, können wir nochmal plündern für 26 Gold. Ja, herzlich willkommen zu meinem Gameplay, bei dem ich eine Sache sage und die andere dann nicht mache. Wir kaufen uns ein Arbeitsboot, denn hier gibt es leckeren Fisch zu fangen und der schmeckt halt einfach richtig gut, ne? Schmeckt einfach richtig gut. Apropos, was auch richtig gut schmecken würde, wäre Frieden mit dem Sulu, aber da haben sie kein Interesse dran. Das respektiert, Junge, wenn du denkst, dass das so dein Ding ist, machen wir das. Wir können hier nicht angreifen. Ich habe da einen hingeschickt, der aber sowas von fast gestorben wäre. Zum Glück haben wir noch unseren Bomber da rumlungern und können damit die Gefahr bannen. Aber das bedeutet auch, ist das noch ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten oder hat sich da wieder ein neues Barbarenlager gebildet? Wir werden es bald rausfinden. Napoleon schmiedet geheime Pläne gegen Hiavata. Das ist gut, das ist gut. Die sollen sich gerne die ganze Zeit... Ja, wobei gegen Hiavata. Wir sind ja gerade gegen Hiavata im Krieg. Ich dachte gegen die Sulu, aber das ist nicht der Fall. Wir sind ja dabei, gegen Hiavata gerade ordentlich einen drauf zu geben. Wo ist denn Tondibi bitte? Hier, ich erinnere mich, eine unserer mit fast schon ersten Städten. Gold gibt es ja nicht viel zu holen, aber mit der öffentlichen Schule können wir unsere Wissenschaft noch weiter ausbauen. Die öffentliche Schule dauert genau so lang wie der Weltkriegsbomber oder der Dreidecker. Nein, nicht ganz so lang. Ich bin überlegen, ob wir das überhaupt noch brauchen. Komm, einmal nehme ich mal die öffentliche Schule noch mit, aber dann würde ich, glaube ich, nur noch auf Armee gehen. Timur ist in der Stadt gut aufgehoben. Sollte da kein Problem haben mit den gegnerischen Einheiten. Wir wollen dich gerne schon mit vor der Stadt haben. Und zwar hier mit unserem Panzerschiff können wir jetzt auch endlich mal hier aufs Meer. Und mit unserem Panzerschiff können wir vor allem weit um Almaty rum und dann mal vor Salamanca für Sicht und Gefahr sorgen. Ich gehe davon aus, dass du hierhin willst, aber du hast keine Fortbewegungspunkte mehr. Nur gut. Bestens, bestens, bestens. Nächste Runde. Nie ist es die nächste Runde. Nie. Man muss immer warten, bis dann dort noch irgendwo eine Einheit auftaucht. Ich frage mich, was es eigentlich damit auf sich hat. Warum zeigt er mir die Einheit nicht direkt, bevor ich die Runde beende? Städte, die wir alle besuchen wollen. Gucke ich mir gar nicht an. Wenn ihr es wissen wollt, pausiert. Das sind so Dinge, die sind mir egal. Wir gehen weiter auf. Sri Lanka. Warten hier unten mal noch ab, was wir so machen können. Du kannst dich hier positionieren. Ah, jetzt haben wir natürlich den Fehler gemacht. Das mal mit dir. Doch, mit dir können wir hierhin in der nächsten Runde. Dann geben wir dir auch die Möglichkeit dazu, dich da bestens zu positionieren. Du bleibst in der Hinterhand. Und der Dreidecker wird dafür sorgen, dass dieser Bomber keinen Schaden anrichtet. Luftraum, nee, nicht Lufttraum-Säuberung, sondern Abfang. Genau. Dann gehen wir in die Produktion von Ragusa, wo wir die öffentliche Schule beendet haben. Dann, Panzerschiff. Wir haben noch 29 Kohle. Da würde ich schon eine für ein Panzerschiff ausgeben wollen. Weltkriegsbomber für Öl. Wir haben noch sieben Öl im Bagdra, 34 Runden. Aber haben wir da auch entsprechend. Und in der Kaserne haben wir aber keine Waffenkammer, ne? Gold brauchen wir nicht. Wissenschaft bietet sich an. Fabriken. Fabriken sind natürlich immer gut. Sollen wir auch einmal eine Runde Fabriken bauen? Kohle haben wir zu Genüge. Wir brauchen noch eine Runde Fabriken, die dann dafür sorgen, dass wir schnell viel Einheiten rauspumpen können. Hier zum Beispiel haben wir, wenn ich das richtig sehe, schon das gemacht. Und Produktion plus 10 in nur 8 Runden. Das können wir mitnehmen. Und wenn wir hier auch Einheiten rauspumpen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall die Kaserne. Die machen wir zuerst. Und können hier weiter. Uff, die Stadt ruft. Der Flügelhussar heilt. Und du wartest auf weitere Befehle. Du ziehst dich ein bisschen zurück. Oh. Oha, oha, oha. Okay, okay, okay. Okay, dann lassen wir es mal schauen, ob wir hier nicht die eine oder andere Einheit schon hier abwehren können. Das ist der Fall. Was wir jetzt natürlich auch super gerne machen würden, wäre, die Artillerie dort zu zerstören. Alles klar, wir kaufen gleich noch ein Arbeitsboot. Das sind zwei Fischereien zu betreiben. Und wir können trotzdem schon mal, wir können nicht hier hin. Das ist zu weit. Boah. Das ist einfach viel zu weit weg. Oh, sehr gut. Sehr gut. Kannst du angreifen? Ja, und du solltest auch richtig Schaden machen können. Bist zwar angreifbar von der Stadt und den beiden Artillerien, aber das nehmen wir in Kaufhäute, wenn wir hier drauf warten, dass wir heilen können. Das sind almatische Arbeitsboote. Wir können dich wegschnappen und aus der Reichweite der Stadt herausgehen. Zurück in die Stadt. Ich hoffe, du bist jetzt nicht irgendwie angreifbar. Wir werden ausgelacht. Nun gut. Ja, Grand River hat dann tatsächlich unsere Kaballerie hier zerstört. Schade drum. Und hier ist es so, dass wir es mit ihnen auf jeden Fall zurückziehen. Vorher kriegst du noch eine... Wobei, wenn man... Lass mal mit den anderen zuerst hier angreifen. So, du musst erst noch in Stellung gehen und kannst dann angreifen. Du musst erst noch in Stellung gehen, kannst dann angreifen. Du kannst direkt angreifen. Du auch. Und jetzt sind wir eigentlich soweit. Dass wir die Stadt einnehmen könnten. Und das machen wir auch mit dir. Du bekommst noch eine Beförderung. Gegen verwundete Einheiten, Kampfstärke, Sanitäter. Wer auch. Mal nicht verkehrt. Aber ich glaube, der Triple Unwägsam ist da doch am besten. Marionette erstellen. Wir müssen schauen, dass diese Weltkriegsinfanterie hier uns keinen Ärger macht. Auf uns seltsam wirkt. Wir machen hier diese Vorteilung. Weil mir der Schuss hier mehr wert ist als alles andere. Gleichzeitig würde ich aber auch sicherstellen, dass durch keinen dieser Bomber eventuell dann wir zu Schaden kommen und die Einheit verlieren. Wir können, wenn wir unseren General hier hinziehen, für noch mehr Schaden sorgen, gehen hier rein und gehen nicht zurück. Dann haben wir wieder eine Kavallerie verloren. Dann ist nicht unbedingt effizient, was wir hier machen. Ich hätte gedacht, dass ich nachdem, dass ich mit der Kavallerie angegriffen habe, nochmal zurück könnte. Dem ist nicht so. Wir lassen ihn hier. Wir gehen jetzt hoffentlich weiter hier runter und wir können bis nach Genesee River gehen und schauen uns mal jetzt hier vor Salamanca um und sehen, da gibt es eigentlich nicht viel, vor dem wir uns fürchten müssten. Wir schauen uns auch noch, ob es hier oben wieder Barbaren gibt. Zack, zack, zack. In unserem Gebiet wurden Gegner gesichtet. Der Bauarbeiter kann uns nichts anhaben. Und wir haben 1400 Gold. Das würde ich nutzen wollen, um Bibliothek... Ach, wieso hast du keine Kaserne? Nur 220? Neh mal mit. Wir können Kloster kaufen. Um noch eine Kavallerie zu kaufen. Die brauchen wir hier einfach. Und dasselbe gilt für Genesee River, wo wir hoffentlich schon einen kommen. Also wir haben alles. Alles, nur keine Kaserne. Aber dann fehlt uns das Geld für... An Landsknecht können wir günstig kaufen. Und den können wir für 430 zum Lausier upgraden. Brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen ihn nur hier haben. Und in den nächsten Runden, wenn hier der Widerstand vorbei ist, 8 Runden Widerstand, 7 Runden. Uiuiuiuiuiui. Geh mal rein. Mir ist doch wohler, wenn er hier den General beschützt. Der Dreidecker hat nach wie vor seine Aufgabe. Das passt in der nächsten Runde. Es sind wir hier soweit. Wir können in Brantford. In Brantford können wir noch was bauen. Aufwachstum müssen wir nicht unbedingt gehen. Nimm den Zoo mit. Und wir müssen uns langsam was sicher wieder um unsere Zufriedenheit Gedanken machen. Und vor allem um unsere Gesundheit, wie man hier sehen kann. Wir haben hier einen Blick. Also geht Schakka. Will uns Nongomar geben. Gib uns lieber Salz. Botschaft. Statt dieser Stadt hätte ich gerne all dein Gold. Waren 62 und 5,30 Gold pro Runde. 10 Gold pro Runde. Das macht er. Nice. Sehr gut. Dann behalte deine Stadt. Und wir nehmen die beiden Städte hier noch mit. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wir haben eine Einheit verloren. Ich habe keinen Soundclou dazu gehört. Von daher gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist. Wir nehmen die Eisenbahn. Wir müssen hier einfach schneller unsere Einheiten bewegen können. Fährbemittel und Salz. Da freut sich alle und jeder drüber. Das waren die einzigen Luxusressourcen, die wir noch nicht hatten. Von daher sind das jetzt auch die einzigen, die es noch gab. Die BürgerInnen wünschen. In Persepolis haben wir was rausgefunden. Darius Christo Redontor baut. Nehmen wir auch mit. Gegenstädte nehmen wir hier. Der Gegner ist klar. Kavallerie wird zerstört. Leider. Wir haben schon wieder eine nachgekauft. Und das machen wir hier auch noch mal. In Kopenhagen können wir nämlich. Zweite Militärakademie bauen. Wies Kopenhagen auch nicht zu weit weg. Ja, schon. Braunder, trinken wir mal hier eine Straße hin. Habt ihr das mal vor? Habt ihr mal vor, hier eine Straße zu bauen? Sagt mal. Lass mich doch mal hier. Ist die Frage. Wenn wir hier reingehen, überleben wir das in der nächsten Runde? Ich sage ja. Okay, komm Hagen. Alles gut. Beruhigt euch. Baut ein Panzerschiff. Man kann auch aufdringlich sein. Mit den Wünschen nach Befehlen. Kommen wir hoch. Schauen wir uns mal an, was wir da machen können. Was wir machen können, ist auf jeden Fall. Ist dann doch mal versuchen, Salamanca einzunehmen. Das ist ein Unding. Und wir können dich hier mitnehmen. Zack. Hat lange gedauert, bis du den gebaut hast. Und schon ist er weg. Es würde in Rom. Ja, in Rom ist die Artillerie am Start. Wie sieht es eigentlich hier aus mit einem Landsknecht? Einfach mal, um ihn da parat zu haben, falls wir noch eine Einheit brauchen, um die Stadt später einzunehmen. Fischerboot ist klar. Bautrupp automatisiert. Lossier heilt. Und hier müssen wir all unsere Artillerien leider dafür aufwenden, um die letzte Bedrohung hier auch auszuschalten. Wir können gleichzeitig uns schon mal in Stellung bringen. Oh, wie auf Stichwort, in Stellung bringen. Um hier, warum nur? Ich warte hier einfach. Können wir angegriffen werden? Wenn, dann für Fliegern. Achso, und für den. Huch, jetzt kann ich angegriffen werden. Ach, Mann. Okay, oben sind auf jeden Fall weitere Barbaren. Wenn ich das richtig sehe. Und da... Haben wir kein Problem mit erstmal. Wir können jetzt nach Onondaga und sind da sehr zentral aufgestellt. Können Grand River und Akwe Sassne angreifen. In Kopenhagen bauen wir weitere Weltkriegsbomber. In Landsknechthausen dagegen nicht. Dort werden wir erstmal hier hinkommen. So, hier unten können wir uns so aufstellen, um der Stadt wirklich schon mal ein bisschen Feuer zu geben. Das ist der Fall. Ach, jetzt können wir uns hier nicht weiter bewegen, nur gut. Können wir dich angreifen von hier? Nein, wir könnten mit unserem Bomber darüber... Weil er hat nur einen Bomber. Wir... Unsere Bomber haben wir gerade bewegt. Der Dreidecker könnte hier angreifen, nicht wahr? Und da ist die Frage, ob wir unseren Flügelhustern opfern wollen. Aber das machen wir nicht. Wir gehen trotzdem hier hin, um sicherzustellen, dass wir... Dass nicht alles auf die Kavallerie geht. Hoffentlich. Hier können wir nichts machen vom Belang. Einheiten hier unten müssen wir nicht befürchten. Deswegen kannst du hier rüber und Platz machen. Hoffen wir, dass wir keinen dieser beiden Einheiten verlieren. Stimmt. Was ist mit dem Konvent? Wird unsere Ideologie jetzt zur Weltideologie-Stadtverbindung eingerichtet? Ja, da wurde es Zeit. Da haben sie anscheinend die Stadt jetzt endlich gemacht. Nicht mehr ausspionieren. Wird ihm auch egal sein. Und der nächste Bomber ist ready, Städte anzugreifen. Kann ich denn, wenn ich... ...über Renne gehe? Über unsere verbündeten Stadtstaaten vielleicht was machen? Aber wo verbündete Stadtstaaten? Wie sieht es da aus? Mit denen, mit denen wir cool sind? Sind wir auch verbündet soweit? Mit denen, mit denen wir im Krieg sind? Nicht. Hier bräuchten wir 102 Einfluss. Das können wir nicht kaufen. Und hier bräuchten wir 50 Einfluss. Können wir vielleicht demnächst mal in Angriff nehmen. In Gao bauen wir weitere Bomber. Die Kavallerie kann hier plündern und macht das einfach aus purer Busshaftigkeit. Während unser Archäologe selbst Ausgrabungen vornimmt. Und zwar da. Geh auch in das Straßennetz. Salamanca. Wir sehen, dass wir hier, glaube ich, keine Angst davor haben müssen, von irgendwelchen Einheiten zur See angegriffen zu werden. Ist das korrekt? Und ich glaube schon. Wir können die Stadt angreifen, wenn wir wollten. Sind wir nicht viel zu nah an der Stadt? Ja, sind wir. Jetzt schon. Aber so sind wir wieder weg. Wir haben es überlebt. Sehr schön. Die Frage ist, wollen wir hier plündern? Ich sage nein. Wir wollen zurück in die Stadt. Und hier können wir uns eins zurückziehen. Wir sind in den eigenen Gefilden. Das schmeckt. Und wir überlegen, ob wir uns hier positionieren. Ja. Lossi in Amsterdam. Da kommen wir hier mit hoch. Zwei Runden, ja. Ziehen uns hier wieder zurück. Wir haben alle Zeit der Welt. Kavallerie heilt Bomber. Könnte jetzt mit auf die Stadt gehen. Aber wird da wahrscheinlich selbst von Bombern angegriffen werden. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die beste Wahl ist. Können wir über die Luftraumsäuberung hier was machen. Keinerlei Widerstand. Da müsste der Bomber ja auch auf keinerlei Widerstand stoßen. Aber nichtsdestotrotz würde er ordentlich Damage nehmen. Nehmen an Kauf. Du kannst hier in der Runde angreifen. Du kannst jetzt schon mal weiter für Unheil sorgen. Wir gehen hier zur Seite, um dir zu ermöglichen, Position einzunehmen. Und... Ah doch, perfekt. Da wollte ich dich haben. Dann kannst du in der nächsten Runde angreifen. Aber du, dich, dich, brauch mal hier, damit du ready bist, die Stadt einzunehmen. Du kommst hier ins Straßennetz. Du versuchst es hier unten entlang. Wir haben mit dir einen tollen großen General am Start. Und können endlich unsere erste Plünderung hier vornehmen von einem Handelsweg. Da geben wir 200 Gold für. Und das lohnt sich doch. Außerdem sind alle geflohen. Auch spannend. Auch spannend. An denen... Wir haben zwar ein bisschen Schaden genommen, aber die Schiffe haben nicht die Herausforderungen mit uns gesucht. Ich kann über die Beleidung nicht wegsehen. Ich kann über die Beleidung nicht wegsehen. Und auch die Möglichkeit, hier zu landen. Aber wir können auch einfach dich hier stehen lassen. Und warten bis Salamanca. Wir können hier nicht weiter zurück. Schade. Weltkriegsbomber. Pass auf. Stellungswechselmodus. Wir kommen hier nicht rein. Nach Bactra kommst du auch nicht. Brauchen wir ja Govanda. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir können hier das Öl sichern. Wir können jetzt so viel sichern. Dass das für mich aus der Hauptstadt dann ist. Da können wir drum rumfahren. Das ist kein Problem. Könnten eventuell hier noch ein paar Felder kaufen. Müssen wir aber auch nicht. Na gut. Dann ab nach Utrecht. Hier hoch. Hier warten wir eine Runde. Und könnten hier eben auch die Stadt angreifen. Das ist ein singapurianischer Pösewist. Ja. Und Singapur ist schlecht drauf. Deswegen haben sie dann Malus. Hier eine Bautenweiner Weltkriegsbomber. Artillerie. So, 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 so. In Stellung gehen. Stadt angreifen. Stadt angreifen. In Stellung gehen. Stadt angreifen. Das war es auch schon. Die Artillerie kann die Stadt angreifen. Die Artillerie. Nächste Runde auch. Und die Artillerie in dieser Runde noch nicht. Aber kann schon mal am Straßennetz. Wir sind hier in einer Runde in der Stadt. Wenn es dann mal so weit ist. Können hier oben leider nicht plündern. Und haben uns jetzt auch in die Nähe von Salamanca begeben. Aber nun gut. Schauen wir mal, was sie vorhaben. Ob sie uns angreifen. Und vielleicht auch die Einheit rauslocken. Dann können wir uns der Einheit auch annehmen. Gut. Gut, gut, gut. Der Bomber heilt. Der Dreidecker. Passt auf, dass wir nicht selbst angegriffen werden. Und vor allem Marti sehen wir zwar eine Artillerie. Die aber so weit weg ist. Dass sie uns keinen Schaden zufügen sollen könnte. Und wo man auch da ist. Ne. Drei Gold pro Runde sind uns so wenig wert. Da musst du schon mit Luxusressourcen kommen. Machst du aber nicht. Von daher komme ich nicht ins Geschäft. Wir haben einen großen Händler geboren. Das bedeutet weiter mehr Geld. Mehr Städte. Mehr Zufriedenheit. Mehr alles. Kannst du direkt nach Kaukia und diesen Designsmissionen instant ausführen. Für 2400 Gold. Jawohl, ja. Das heißt, wir haben hier fast 5000 Gold zusammen. Da müssen wir auch mal schauen, was wir damit machen. Wir wollen mehr Fabriken bauen. Eine Kaserne ist fertig. Eine Waffenkammer bietet sich an. Bevor wir dann. Bam, bam, bam. Kruste Armee. Raushauen. Grand River. It's your time. Time to go down. So, den haben wir eingekesselt. Können sagen, wir haben hier zum Glück überlebt. Wir ziehen es ein bisschen zurück, damit wir weiterhin Sicht auf die Stadt haben. Das war es dann aber auch schon. Gehen weit genug von der Artillerie weg. Jawohl, ja. Kesseln ihn so ein bisschen ein. Greifen hier nochmal an. Superb. Timur macht erstmal nichts. Du greifst, du greifst weiterhin die Stadt an. Klaromato. Hast hier schon was gemacht. Der nächste Bomber ist auf dem Weg. Wir schaffen es leider nur bis nach Bactra. Aber das passt schon. Können wir nochmal angreifen. Ah, das ist die einer, die zweimal angreifen kann. Sehr schön. Wir brauchen außerdem demnächst dich. Du bist aber auch in einer Runde da. Ja, dann passt das doch. Du hältst dich bereit. Du kannst hier auch nicht plündern. Schade. Und jetzt bist du aber auch so blöd positioniert. Na, wobei die Stadt kann ich nicht angreifen. Die Weltkriegsinfernerie kann kommen. Artillerie kann ich treffen. Aber mehr auch nicht. Das soll es nicht überleben. Auf jeden Fall. Ich überlege. Ne, wir gehen hier lieber eins weiter runter. Dann passt doch alles. Sobald der Widerstand hier fertig ist, werden wir auch ein Gerichtsgebäude kaufen. Mit unserem ganzen Geld. Das ist klar zu stören. Hier noch eine Einheit. Produktion wählen in Amsterdam. Wir sind dabei. Eine Börse. Die Börse brauchen wir bei 54 Gold. Brauchen wir eine Börse. Bei 52 Gold eigentlich auch. Wir haben aber Weltkriegsbomber gebaut. Und wenn es nach der Waffenkammer auch weiterhin machen. Der Weltkriegsbomber in Utrecht kriegt natürlich die Beförderung Richtung Städte. Wir gehen nach Bactra. Wir haben in Bactra außerdem. Eine Kavallerie jetzt am Start. Die wir hier nicht wirklich einsetzen können. Wir wollen hier auch nicht weiter die Einheit verfolgen lassen. Und dann schauen wir mal, wie es um Grand River. Nein, wie es um Grand River bestellt ist. Wenn die nächsten Salben auf sie heruntergeprasselt sind. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Eine Marionette erstellen. Minus 7 Zufriedenheit. Aber jetzt können wir auch den Frieden suchen. Denn wir haben hier ja fast alles eingenommen. Buffalo Creek ist die neue Hauptstadt. Salamanca wird mir schon recht gut reinlaufen. Die will ich noch haben, die Stadt. Aber vielleicht können wir die auch beim Friedenverhandeln mitnehmen. Ähm, Städte. Salamanca auf jeden Fall. Und 5 Gold, Aluminium. Botschaft daneben. Wie wäre es damit? Vorschlagen, nehmt ihr an. Ich habe Salamanca jetzt, genau, Marionette erstellen. Minus 14 Zufriedenheit. Aber sowas von strategisch günstig gelegen. Unser Reich reicht jetzt. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten. Neun Runden bis zur Autobahn, würde ich jetzt sagen. Eisenbahn. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Son.